Als die Gründer von TurboGrün wollen wir euch unsere Mission aufzeigen. Schöner, dichter Rasen ist ein sehr komplexes Thema. Und wir entkomplizieren dieses Thema und wollen, dass es jeder einfach hinbekommt. Wir wollen es euch so einfach wie möglich machen und arbeiten daran ganz die Geiße. Es sind viele unterschiedliche Bausteine zu einem perfekten Rasen. Unsere Mission ist es, dass ihr über das ganze Jahr über einen sattgrünen Rasen habt. Und das erzielen wir durch eure tollen Rückmeldungen und unsere langjährigen Erfahrungen. Hi, ich bin Jochen. Ich bin der CEO von TurboGrün. Golfplätze und gepflegte Rasenflächen haben mich schon von jeher fasziniert. Mich habt ihr bis jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich arbeite mehr im Hintergrund, aber das wird sich dieses Jahr ändern. Meine Rasenerfahrungen gehen jetzt auf mindestens 20 Jahre zurück. Davon habe ich in den letzten 10 Jahren sehr viel mit Beratungstätigkeiten zu tun gehabt. In den letzten 5 Jahren arbeiten wir mit Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen Boden und Rasen zusammen. Bei TurboGrün bin ich im Einkauf und in der Entwicklung von neuen Produkten. Zudem entwickeln wir mit Josia und Lukas zusammen Strategien, wie wir den Shop noch besser und userfreundlicher gestalten können. Bei Fachfragen bin ich Fachexperte. Ich halte den Jungs den Rücken frei. Hey, ich bin Josia und studiere zurzeit BWL. Mir macht es mega Spaß, das Rasenwissen von unseren Experten euch weiterzugeben. Ihr seht mich wahrscheinlich sehr oft vor der Kamera, aber meine Hauptaufgaben liegen auch hinter der Kamera. Ich entwickle die Webseite mit. Des Weiteren sorge ich dafür, dass ihr die Infos über unsere Social Media Kanäle weiterbekommt und ich helfe auch beim Versand mit. Hey, ich bin Lukas. Der eine oder andere kennt mich bereits von unseren YouTube-Videos. Was ist jetzt genau meine Aufgabe bei TurboGrün? Ich bin im Rasensupport tätig. Dort helfen wir euch, eure Rasenprobleme zu lösen in Zusammenarbeit mit unseren Rasenexperten. Des Weiteren bin ich auch noch im Team Sales und arbeite ständig daran, die Webseite weiterzuentwickeln auf Grundlage eures Feedbacks. Des Weiteren bin ich auch noch im Team Sales. Des Weiteren bin ich auch noch im Team Sales.